Kann ich nach rückwärts? Ne. Ich komme hier nie wieder raus. So, jetzt müsste ich... Ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt müsste ich dort sein. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Das heißt, ich müsste jetzt nach... Da weitergegangen sein. So. Jetzt gehe ich wieder nach rechts. Da müsste ich eigentlich genau... ...da rüber. So, jetzt gehe ich... Eigentlich müsste ich jetzt geradeaus gehen. Geht es aber nicht. Was zum Henker? Oh, shit. Warum ging sie dich geradeaus? Ihr müsst doch eigentlich geradeaus gehen. Ich gehe nochmal nach links. Ich bin verloren. Ich gehe hier rechts. Hier, wenn ich hier durchgucke, hier, hier, ja, da sehe ich, dass rechts nichts ist. Okay, ich brauche mir dieses Ding gar nicht aufzeichnen. Ich habe es mir gerade aufgezeichnet. Aber dieses Labyrinth ist unlogisch. Fuck. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich gehe jetzt einfach immer mal nach rechts. Wir kommen ja auch gar nicht an den gleichen Ort. Also, es müsste die Kreuzung ja nach geradeaus weitergehen. Nach geradeaus und nach rechts. Shit, Leute. Ich bin verloren. Wir sind verloren. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das war's. Spiel vorbei. Ich mache jetzt mal rechts-links Kombinationen. Rechts. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ich hätte eine Karte gebraucht. Ich... Blödi. Oh, Mann. Kann ich hier nicht irgendwie... Ah. Okay, da brauche ich eine Karte für. Genau, ne? Das... Das ist also unser Labyrinth. Ja, okay. Das war gerade viel größer, aber okay. Kann ich hier lang... Okay, wir können da nicht raus. Alles klar. So, gibt's hier Post? Ne. Aber jetzt zeigt doch an, dass nichts drin ist. Was? Die Fahne war doch nicht oben. Lesen. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Clean Harry's Schießanlage Angebot und Show zu den Feiertagen. 2021, 20. Dezember. Den ganzen Samstag, Sonntag. Eastwood Avenue. Clean Guns at CTE. Ja. Die Amerikaner haben ein anderer Waffel. Okay. Ich brauche die Autoschlüssel. Wir räumen da kurz Schnee. Warum auch nicht? Das ist ja so die typische Idee eines Kindes, Schnee zu räumen. Okay, da drin läuft das Spiel immer noch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel. Ich glaube, damit können wir in die... Äh, wie heißt das denn? In die Garage. Und wir brauchen... ...auf jeden Fall... ...die Dingsbums. Die Rüstung. Wir brauchen die Rüstung. So, wir gehen wieder rein. Okay. Okay, wo waren wir? Wir waren schon überall, glaube ich. Wir waren schon überall. Wir waren in dem Dunkelraum. Wir... Wo? Er schläft immer noch nicht. Wo... ...is... ...die Rüstung. Okay, und den Schlüssel... ...h backpack. Den Schlüssel für... Äh, wie heißt es denn? Deaver Creek, die verdammt beste Stadt in Amerika. Alles klar, tschö. Und den Schlüssel für seinen Für seinen Raum Warte mal, vielleicht habe ich jetzt hier Ist das fertig? Ne, ich dachte, wenn Oh, was haben wir da? Ja, Trottel, alles klar Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht Die Die, die, die fertige Wäsche nehmen Als Rüstung, aber das geht nicht Was ist das? Teen Spirit Okidok So, Foto, Foto sehen wir uns an Okay Okay, die Pistola hat nur Bücher Ich kann später noch irgendwas damit tun Stände des Schmerzens 50 Was zum Sterben gute Westernfilme Oh, okay Die Nachtschatten-Tagebücher Ja, alles klar Okay, das war's So, hier haben wir alles gemacht So, Basketball-Bilder Ah, okay Er hat Basketball gespielt, alles klar Trophäe Okay 2005, auch das Und ein Bild Meisterschaft Hat er diese Whisky-Flasche gerade Leer gesoffen? Weil er ein Trottel ist Wir können nicht mehr mit ihm reden Schade Er wird gleich einschlafen, hoffe ich Okay Wo ist die Rüstung? Ich frage mich, wo die Rüstung ist Irgendwo muss ja die Rüstung sein Es muss ja irgendwie weitergehen Wir haben die Autoschlüssel Wir gehen jetzt in die Garage Hier drin Okay, Moment Wir könnten allerdings noch Ist er eingeschlafen? Wasserhaken Benutzen Erstmal Hände waschen Okay Okay, wir haben die Hände gewaschen Warum auch immer Spiegel Was macht er? Okay Okay Hello Beavercreek Captain Spirit When do you think You will defeat Mantroid Mantroid is a bully And a coward He can't hide But he can run We heard reports That he is putting together A team of super villains Do you have any message For them? Yeah My message is that Mantroid will never win And I will find you And I will crush you Yes That is what this town wants to hear Okidok That's my job Alles klar And that's why we love you Can you tell us who your superheroes are? The only hero I have is me That's good to know Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No 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 Ok Letzte Worte Peace out And always fight for the good team Thank you Captain Spirit for being our hero And now back to WHERO News Pennt er? Ne er pennt immer noch nicht Ok den haben wir Rasierer Ansehen Sticker im Klo Ja das kann ich mir auch nicht Ok ja Alles klar Comic Hotdog Man Wirklich Hub Hub Haben die gerade Hub Hub übersetzt Alter Alles klar Evil Mustard Ja Passt Tschö Wo zum Henker ist diese Das gibt es doch nicht Ok Ich gehe in die Garage So Jetzt pennt er Ne aufwecken wir aber den nicht Ich brauche einen PIN-Code Was ist das? Wo ist der PIN vom Handy? Wo ist der PIN vom Handy? Da machen wir das doch Alter Ich kann nicht sehen Dad verkauft Homes Was ist der PIN vom Handy? Dad What is that song You sing For the dead I see the signal Searchlight Strike Me In the window Of my Room Well I got nothing to prove Untertitelung. BR 2018